Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Wir wollen uns im heutigen Video zusammen die RTX 4070 Super anschauen. Ihr habt wahrscheinlich am 8. Januar schon die Spezifikation dieser Karte mitbekommen. Heute dürfen wir über Performance-Daten dieser Karte reden. Grundsätzlich ähneln sich beide Karten sehr, sehr stark, also die RTX 4070 und die 4070 Super. Die 4070 Super hat aber eine stärkere GPU. Die hat jetzt 7168 CUDA-Kerne zum Beispiel, hat aber weiterhin 12 GB Speicher und 192-Bit-Speicher-Bus. Das wirklich Interessante daran ist eigentlich die Preisgestaltung, denn die 4070 Super hat die gleiche Preisempfehlung, wie es die 4070 vorher hatte. Die 4070 wird jetzt etwas günstiger. Laut Envia wird der MSRP um 50 Dollar gesenkt, also die sollte etwas günstiger werden, auf die lange Zeit gesehen. Und die 4070 Super sollte ungefähr den gleichen Preis haben, wie aktuell die 4070. Und das ist interessant, wenn man betrachtet, dass die GPU theoretisch circa 20 Prozent schneller ist. Und ob das in der Praxis auch so ist, das wollen wir uns im heutigen Video anschauen. Wir blicken deshalb für eine erste Anordnung direkt in den 3D-Mark Times Square Extreme GT1. Der ist in 4K. Wir sehen hier die 4070 Super mit einer Performance von 64 FPS. Und das entspricht einem Zuwachs gegenüber der normalen 4070 von 19 Prozent. Also das kommt schon sehr, sehr nah hin zu dem, was wir erwartet haben. Die 4070 Super ist somit fast doppelt so schnell wie ein RTX 2080. Ich muss auch sagen, dass ich das Review hier unter einigem Zeitdruck produziere. Für mich ist heute der 5. Januar. Ich habe gestern im Prinzip die Karte mit Treiber bekommen und hatte jetzt einen Tag Zeit zu testen. Mache heute das Video für euch. Morgen geht es für mich zur CES nach Las Vegas. Das heißt, ich habe einen guten Gap zwischen Produktion, Test und dem, wann das Video online gehen kann, aber habe dann keine Zeit mehr, das davor zu machen. Deswegen ist es nicht ganz so umfangreich, wie ich das eigentlich gerne hätte. Aber ich hoffe, es ist trotzdem einigermaßen gut gelungen. So sah ja die normale RTX 4070 Founders Edition aus. Wenn ihr mich fragt, schon eine wirklich schöne Karte. Aber bei der Super hat sich optisch ein bisschen was geändert. Denn wie ihr sehen könnt, ist die RTX 4070 Super komplett schwarz. Und ich muss sagen, das gefällt mir wirklich gut. Ist natürlich komplette Geschmackssache, wie einem das optisch gefällt. Ihr seht, die Karte läuft ja auch gerade so ein bisschen unter Last. Hat hier circa 194 Watt Leistungsaufnahme. Das ist natürlich von der Anwendung abhängig. Was ich aber so ein bisschen damit zeigen möchte auch, ist die Lautstärke. Und die ist bei der Founders Edition wie gewohnt wirklich, wirklich gut. Weil die Karte läuft im Prinzip unter Volllast. Und ich stehe hier, ich würde mal sagen, so 50 Zentimeter von der Karte weg. Aber man hört die Karte nicht wirklich. Also das ist mal wieder sehr, sehr gelungen. Was man dazu sagen muss, ist, dass wir hier knapp unter 200 Watt lesen. Und vom PC-Express-Slot gehen nochmal circa 15 bis 17 Watt aus. Von meinen Messungen. Und da muss man sagen, Karte, wirklich angenehm leise für die Last. Und auch das Spulenfiepen würde ich als wenig bis moderat beschreiben. Also absolut in einem angenehmen Bereich. Solange die FPS, ich sag mal, in einem normalen Level sind. Sobald die ab 400, 500 sind, wird es natürlich wie üblich nervig. Weiter geht's mit Assassin's Creed Valhalla in 1080p Auflösung und maximalen Details. In dem Spiel sehe ich einen Leistungszuwachs gegenüber der normalen 4070 von etwa 10 Prozent. Ihr könnt wie immer die Leistungsaufnahme in Watt in den blauen Balken sehen. Die 4070 Super verbraucht in dem Game 161 Watt, was nur ganz knapp über der 4070 liegt. Die 4070 Super liegt damit, was die Leistungsaufnahme betrifft, auf dem gleichen Level wie eine 3060. Hat dabei aber die doppelte Performance. Und es zeigt mal wieder, wie effizient die Nvidia ADA GPUs einfach sind. In Valorant und 1440p Auflösung mit eSports Einstellungen musste ich feststellen, dass die 4070 Super schon stark ins CPU Limit läuft. Das sieht man zum einen an der kaum gestiegenen Leistung von nur 6 Prozent, aber auch der fast gleichen Leistungsaufnahme wie der 4070. Gleichzeitig ist mir auch aufgefallen, dass die 4070 Super in Valorant nur zu 90 bis 95 Prozent ausgelastet ist, was einfach immer darauf hindeutet, dass die Grafikkarte nicht perfekt ausgelastet ist und dementsprechend die CPU eher im Limit ist. Das konnte ich auch ganz klar sehen. Aber ich muss auch sagen, dass ich bei der Benchmark-Auswahl hier auch eher den Fokus auf alte Karten gesetzt habe, also dass man es noch mit alten Karten einigermaßen spielen kann, wie zum Beispiel eine 2060 oder eine 2080 und ihr so aber Vergleichswerte habt, wenn ihr zum Beispiel auch eine 1060 habt oder eine 2060 und ihr upgraden wollt auf so eine Karte, was euch da erwartet. Aber man muss ganz klar sagen, anhand von diesen Daten, dass die 4070 Super auch definitiv eher eine 1440p-Karte ist als eine 1080p-Karte. Es macht aus meiner Sicht auch keinen Sinn, jetzt die Karte mit der 4090 zu vergleichen. Klar ist sie langsamer, aber jemand, der eine 4090 hat, der kauft sich ja auch keine 4070 Super. Das Verhalten mit 1440p sehen wir auch in Remnant. Mit knapp 200 FPS im Schnitt und 119 FPS im 1% Low hättet ihr eine super Performance und etwa 13 Prozent mehr als mit der normalen RTX 4070. Die Leistungsaufnahme war hier etwas höher mit 212 Watt. Deswegen verwende ich tatsächlich auch gerne Remnant als Benchmark, weil bei mir zumindest die Leistungsaufnahme in dem Spiel bei der GPU immer wirklich hoch ist und auch höher als bei allen anderen Spielen, die wir heute im Test haben. Interessant ist hier auch ein Blick auf die RTX 2080, denn wenn wir die mal anschauen, dann sehen wir, dass die RTX 4070 Super ungefähr doppelt so schnell ist, aber 20 Prozent weniger Leistungsaufnahme hat. Also das ist schon echt eine coole Entwicklung. Bevor wir jetzt gleich noch zu Cyberpunk und DLSS Benchmarks kommen, wollen wir jetzt nochmal ganz kurz auf Idle Leistungsaufnahme und auch Temperaturen schauen. Im Idle haben wir ähnlich wie bei einer normalen 4070 eine wirklich genial niedrige Leistungsaufnahme und das ist auch einfach nur im Windows Desktop, also da ist nichts irgendwie im Hintergrund auf oder läuft und da hatte ich einfach circa 4 Watt. Die Temperaturen waren ebenfalls auf ungefähr dem gleichen Level, was natürlich an der Lüftersteuerung und damit verbundenen Drehzahl der Lüfter liegt. Beide Karten, Super oder Normal, bleiben bei der GPU bei circa 70 Grad Celsius und bei Hotspot Temperatur bei circa 80 Grad Celsius. Hier wie üblich der Hinweis, dass man unterschiedliche Karten eigentlich nicht direkt miteinander vergleichen sollte, weil es zwischen Chips ja auch immer eine gewisse Varianz gibt. Bedeutet, es ist auch absolut möglich, dass wenn ihr eine 4070 Super habt, dass die bei euch 4, 5, 6 Grad kühler oder wärmer ist. Das ist ganz normal. Das heißt, man kann sich daran nicht perfekt orientieren, aber ich kann euch natürlich zeigen, wie sich meine Karten verhalten haben. Als letztes schauen wir wie angesprochen auf Cyberpunk 2077 1080p Ultra-Einstellungen. Auch hier liefert die 4070 Super eine sehr, sehr gute Leistung ab und eignet sich auch ohne DLSS oder Frame Generation für 1440p Auflösung. Die Leistung gegenüber der 4070 steigt hier um 21% bei den Durchschnitt der FPS und 13% bei dem Minimum FPS. Gegenüber einer GTX 1060 haben wir hier etwa die fünffache Leistung. Bevor ich das vergesse, wie üblich, alle Sachen, die ihr seht, alle Spiele-Benchmarks sind In-Game-Szenen. Also auch wenn das Spiel vielleicht einen In-Game-Benchmark hat, benutze ich nicht den, sondern benutze immer meine eigene In-Game-Szene. Dementsprechend sind die Werte auch nicht mit anderen vergleichbar. Das ist immer wichtig zu wissen. Jetzt kommen wir zu einem etwas unübersichtlichen Diagramm, aber ich habe für euch hier einfach mal alles getestet, was theoretisch noch möglich ist. Ihr findet Karten mit normalen Einstellungen, mit DLSS in Performance oder auch mit Frame Generation. Ich persönlich nutze DLSS, weil ich habe ja auch eine ältere RTX Titan und deshalb sehe ich das auch als wichtig, das komplett einmal mit durchzutesten. Beispielsweise hier mit der RTX 2080 kommt ihr mit DLSS auf das Level von der 4070 mit nativen Rändern. Dagegen kommt die RTX 4070 Super mit DLSS und Frame Generation auf 300 FPS im Schnitt, was definitiv danach schreit, die Karte hier nicht mehr mit 1080p zu verwenden, sondern dann vielleicht in 1440p. Wenn euch das weiter interessiert, hier am besten kurz pausieren und in Ruhe die Karten vergleichen. Abschließend muss ich sagen, dass Nvidia mit der RTX 4070 Super echt einen guten Schritt gemacht hat. Und ich muss sagen, es hat mich überrascht, als Nvidia das Pricing announced hat und dann gesagt hat, okay, die Karte ist auf dem gleichen Preislevel wie die 4070. Denn die Karte ist ja von der Performance her eigentlich schon echt gut und beim Launch musste man sagen, und das haben auch andere Reviewer und YouTuber gesagt, die 4070 ist für das, was sie leistet, eigentlich ein kleines bisschen zu teuer. Das hat Nvidia jetzt mit der 4070 nach unten reguliert und mit der 4070 Super, zumindest mal in der Theorie bis zu 20 Prozent mehr Performance und wir hatten jetzt bei mir im Test irgendwas zwischen 10 und 21 Prozent mehr Performance mit der Super für den gleichen Preis. Und das finde ich generell auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache und es geht definitiv in die richtige Richtung. Gefällt mir sehr, sehr gut. Worauf ich noch mehr gespannt bin, ist tatsächlich die RTX 4080 Super, weil ich glaube, wenn man sich die Karte anschaut, was die performen könnte mit dem Pricing, was es haben wird. Ich glaube, das wird dann auch noch mal richtig interessant werden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.